hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play in world of tanks das ganze wieder mit so old man und natürlich wir gehen in eine zweite runde der kletterei in 9.15 nun nicht mehr auf dem test server jetzt wo der patch draußen ist bin ich doch wieder spontan klettern gewesen und wollte natürlich das was ich im ersten teil ja auch im test server schon probiert habe noch fortführen und die stellen kontrollieren ob es dort noch geht die ich selber auf dem video gesehen habe und bin somit meinen klaren kollegen losgezogen und habe die bestimmten karten abgefahren noch nicht alle ich muss sagen wir noch nicht alles erkundet aber wir haben schon ein paar videos machen können und die ich wieder euch für euch zurechtschneide um den klepper kletter hype weiterzuführen also seid gespannt und wir sehen uns in den bergen so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017